Das iPhone 8 kommt schon bald auf den Markt und soll, natürlich, mal wieder das beste iPhone aller Zeiten werden. Mit komplett verändertem Design und vielen neuen Funktionen will Apple den Smartphone-Markt aufmischen. Klar, dass das Internet voll von Spekulationen ist. Die aktuell heißesten Gerüchte, die gibt es nach dem Intro. Jeden Tag tauchen neue und vor allem sehr konkrete Details zum neuen iPhone 8 auf. Und wenn das so weitergeht, wird die Apple Kino ziemlich langweilig werden. Und das war ja auch in den letzten Jahren immer häufiger schon so. Alle Gerüchte und Leaks könnt ihr auch in unserem Gerüchteticker mit ausführlichen Details nachlesen. Und den Artikel dazu findet ihr hier oben in der Infokarte, aber auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als ziemlich sicher gilt vor allem, dass es drei Modelle geben wird. iPhone 7s, iPhone 7s Plus und eben das iPhone 8. Während die S-Modelle, wie die aktuellen 7er aussehen, hebt sich das Design des iPhone 8 komplett ab. Es stellt sich natürlich die Frage, warum sollte Apple drei Modelle gleichzeitig auf den Markt bringen und wer würde sich dann überhaupt noch das iPhone 7s kaufen oder eben das iPhone 7s Plus. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, wird das iPhone 7s bzw. 7s Plus das neue Mittelklasse-iPhone. Was das für die Preise des iPhone 8 bedeuten würde, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Aus unterschiedlichen Quellen sind nämlich nicht nur Renderbilder, sondern auch erste Modelle bzw. Prototypen aufgetaucht. Der Prototyp von Forbes-Redakteur Gordon Kelly soll sogar die bereits finale Materialien besitzen. Das auffälligste Designmerkmal ist wohl das Display. Der 5,8-Zoll-große OLED-Bildschirm, ja. OLED soll letztendlich kommen, das iPhone 8 wird demnach die Vorderseite fast komplett ausfüllen und nur sehr schmale Ränder aufweisen. Also ähnlich wie beim Galaxy S8 oder auch dem LG G6. Nur die Frontkamera und die Sensoren sind an der Oberseite ausgespart. Trotz des großen Displays wird das iPhone 8 nur minimal größer als das iPhone 7, aber deutlich kleiner als das iPhone 7 Plus sein und laut Gordon Kelly noch gut mit einer Hand bedienbar sein. Interessant ist auch ein Blick auf die Rückseite, wo die Dual-Kamera sitzt. Und ihr seht es schon, die zwei Linsen sind jetzt vertikal statt horizontal verbaut und stehen deutlich aus dem Gehäuse hervor. Ich persönlich finde das optisch nicht sehr gelungen, gerade im Vergleich zum Vorgänger, aber das Design ist ja bekanntlich Geschmackssache. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, dass beim iPhone 8 Touch ID, also der Fingerabdruckscanner, wegfallen soll. Apple plante stattdessen die Integration im gesamten Display, konnte die Pläne aber laut eines KGI-Securities-Analysten nicht umsetzen. Und so soll das iPhone 8 jetzt über eine Gesichtserkennung gesichert bzw. entsperrt werden können. Dazu verfügt das Flaggschiff für neben der Frontkamera über Infrarot-Kameras auf der Vorderseite. Infrarot soll es auch auf der Rückseite speziell für AR, also Augmented Reality-Anwendungen geben, für eine schnelle Datenübertragung ohne Internetanbindung. Mit dem iPhone 8 will Apple nämlich das ganze Potenzial von AR entfalten. Eventuell wird Apple dafür sogar einen eigenen Prozessor integrieren, ähnlich dem Motion Co-Prozessor, den es ja jetzt auch schon gibt. Das Gehäuse soll übrigens aus Glas statt Metall bestehen, um kabelloses Aufladen zu ermöglichen. Und dass das iPhone 8 Wireless Charging unterstützt, gilt als so gut wie sicher, denn Apple ist Anfang des Jahres dem Qi-Konsortium beigetreten. Außerdem wird das iPhone 8 sehr wahrscheinlich Fast Charging unterstützen. Dementsprechend wird es natürlich ein neues Netzteil für das iPhone geben. Apple wird wohl weiterhin auf den Lightning-Anfluss setzen. Die Verbindung zum Netzteil soll aber USB-C werden, wie bei den aktuellen MacBooks. Und mit diesem Kabel kann man sein iPhone dann auch via USB-C an sein MacBook anschließen und Daten übertragen. Natürlich wird auch immer viel über die Farben diskutiert, in denen das neue iPhone auf den Markt kommt. So soll das iPhone 8 laut eines KGI-Securities-Analysten in den drei Farben Schwarz, Silber und Gold kommen, wobei Gold eher wie Kupfer aussieht. Unserer Einschätzung nach werden die Farben aber bis zur Keynote ein Geheimnis bleiben, denn die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass Gerüchte zu den Farben oft nicht gestimmt haben. Spannend bleibt auch die Frage nach dem Preis des neuen iPhone 8. Die beiden Modelle iPhone 7S und 7S Plus werden wohl so viel kosten wie die aktuellen 7er Modelle. Das günstigste 7S Plus würde dann bei Apple bereits nur 900 Euro kosten. Und weil das iPhone 8 sozusagen das neue Flaggschiff wird und viel mehr Sensoren und Techniken mit sich bringt, wird der Preis natürlich darüber liegen. Also über 1000 Euro. Zur Auswahl werden wohl zwei Speichergrößen zur Verfügung stehen, 64 GB und dann gleich der Sprung auf 256 GB. Wenn Apple im September das neue iPhone 8 vorstellt und kurz danach auch schon in den Handel bringt, wird es wahrscheinlich nur wenige Überraschungen geben. Denn alle Gerüchte und Leaks, die ich euch eben genannt habe, gelten allzu gut wie sicher. Vor allem das Design mit fast randlosem Display. Und dass das iPhone 8 mit neuer CPU schneller und energiesparender wird, ist ja jedes Jahr der Fall. Interessant wird auf jeden Fall auch die Frage nach der Akkulaufzeit. Offen bleiben dagegen die finalen Farben und auch die Preise, die Apple aufrufen wird.